Hallo? Hallo? Firma Asco Farm aus Wernigerode, Sie sprechen mit Simone Konrad, hallo. Ja, hallo. Ich hätte gerne Hakel Stahl 7 gesprochen. Ja, am Telefon, hallo. Wunderbar, hallo. Sie möchten gerne informiert werden zum Thema Gesundheit, da haben Sie mitgemacht beim Coupé-Gewinn. Ja, und da haben Sie auch geschrieben, dass der Fisch zweimal die Woche bei Ihnen auf dem Speiseplan steht, ne? Das wäre bitte. Sprechen und verstehen Sie Deutsch? Ja, sehr gut, ich habe nur nicht verstanden, was haben Sie gesagt? Hallo? Ja, es geht um den Coupé-Gewinn. Ja. Haben Sie mitgemacht. Ja, ja, das habe ich verstanden. Ja, und da haben Sie auch geschrieben, dass der Fisch zweimal die Woche bei Ihnen auf dem Speiseplan steht. Dann ist Ihnen sicherlich auch gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig, ne? Ja, jetzt habe ich das verstanden. Ja, das ist richtig. Ja, fantastisch. Ja. Sie haben einen sehr netten Akzent. Ja, danke schön, danke schön. Ja, gerne, gerne. Ich gebe mir den Fisch die Mühe. Ja, ach na ja, ist doch gut. Ich mir auch. Sehr gut, sehr gut. Aber bei Sie kann man keinen Akzent hören. Ah, nein. Sehr schade. Also Ascofarm beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit dem Thema Gesundheit. Ja, wir sitzen in Wernigerode im schönen Harz. Okay. Und wir sind ein Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln auf rein pflanzlicher Basis und auch von hochwertigen Kosmetik- und Wellnessprodukten. Ja. Und es ist einfach so, wir möchten Sie mal für unsere Produkte begeistern. Ja. Und kann man dann bei Sie den Fisch bestellen? Nee, Fisch können Sie nicht bestellen. Ach so. Aber bei uns können Sie aber diese wertvollen Grillölkapseln bestellen, wo die Omega-3-Fettsäuren drin sind, die von unserem Körper nicht selbst produziert werden können. Also für Fisch. Fisch in Tablettenform? Nee, nicht Fisch in Tablettenform. Fisch enthält ja diese wertvollen Omega-3-Fettsäuren, die vom Körper nicht selbst hergestellt werden können. Das kennen Sie bestimmt, das Thema, oder? Ja. Und da muss man schon wirklich auch viel fettigen Fisch essen, um das zu erreichen. Und wir empfehlen immer mal eine Kur zu machen mit diesen Grillölkapseln, mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Das hat ja einen positiven Einfluss auf die Blutfettwerte. Man sagt ja immer, Omega-3 putzt die Adern frei. Was macht das bitte? Man sagt immer, Omega-3 putzt die Adern frei. Positiven Einfluss auf die Blutfettwerte. Okay, das können Sie sehr schön reimen. Das reimt sich, das stimmt. Ja, sehr gut, sehr gut. Und was können Sie mir geben? Und das ist mal einen Monat? So einen Liter, oder was kann man da kaufen? Nein, nein, das ist mal eine Monatspackung von unseren Kapseln. Genau. Ja? Lass Sie mal eine Kur machen, Ihrem Körper mal was Gutes tun. Muss ich Kur machen? Muss man dabei keine Kasse-Beanschlagung machen? Nein, 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 die nehmen Sie einfach. Das sind die Grillölkapseln, dann nehmen Sie jeden Tag. Ja? Grillöl, hier, äh, Spiritus. Mal einen Monat lang. Ja. Das sind zwei Kapseln am Tag, zwei Kapseln am Tag, ne? Mit Grillanzünder, Spiritus. Die nehmen Sie mit Wasser. Na, weiß ich nicht. Oder mit irgendwas, oder was anderes zum Trinken. Grillöl, soll ich mir doch nehmen. Grillölkapseln wird aus dem antarktischen Grill gemacht. Das ist eine Krebsart, wird daraus gewonnen, das Omega-3-Öl, ne? Ist das sowas wie Krabbensaft? Nee, Krabbensaft ist es nicht. Das sind hochwertige Omega-3-Fettsäuren in gut verfügbarer Form. Kann man denn Krabbensaft bei Ihnen bekommen? Krabbensaft können Sie bei uns nicht bekommen. Krabbensaft haben wir nicht. Wissen Sie, wie kann man das kaufen? Aloe Vera-Saft kann ich Ihnen empfehlen. Ist das wie Krabbensaft? Nein, Aloe Vera ist was anderes. Haben Sie noch nie was von Aloe Vera gehört? Äh, ne, bin kein, äh, bin kein Expertin. Ach so. Ja. Nee, also Krabbensaft können Sie bei uns nicht bekommen, aber Aloe Vera. Und was wäre da die Unterschiede zu Krabbensaft bei den Aloe Vera? Also Krabbensaft weiß ich nicht. Krabbensaft gibt es nicht. Was ich für Sie habe, sind diese Grillölkapseln. Ja. Ja, diese Omega-3-Fettsäuren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und was der Aloe Vera-Saft zum Trinken? Okay. Mit Vitamin C ist zur Unterstützung des Immunsystems. Ja. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist in flüssiger Form. Oder auch die Aloe Vera-Kautabletten. Das geht auch. Das sind 100 Tabletten. Jeden Tag mal, äh, dreimal täglich. Die können Sie auch nehmen. Die Aloe Vera-Kautabletten mit Vitamin C, Vitamin E. Ja, hat einen Beitrag zum Zellschutz, ne? Zum Zellschutz? Das ist auch eine feine Sache. Ja, das ist auch eine feine Sache. Also wenn wir Camping machen, dann sollen wir das mitnehmen? Ja. Wenn Sie was machen? Camping. Wie geht es Zellschutz? Was hat das jetzt mit Camping zu tun? Sie haben da gesagt, für Zellschutz. Sollen wir das dann dort drauf machen? Zellschutz. Z-E-L-L. Für die Zellen. Also nichts für die Zelt? Für die Zellen. Ja, okay. Ich habe das Zelt verstanden. Wie Tent, Camping. Ja, und kann man das bei Kindern geben? Oder ist es nur für Erwachsene? Das können Sie sich für Kinder auch geben. Das können Sie auch gerne machen. Egal wie alt die sind? Oder hat man da Mindestalterung? Nein, es ist ein Kautabletten. Also wenn Sie einem Kind eine Kautablette geben, also du sollst schon aufpassen, das Kind sich auch nicht verschluckt. Da soll es schon in einem gewissen Alter sein. Auf jeden Fall. Also ich rede jetzt davon, dass es ein Erwachsener erstmal nimmt. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. Für unsere Kinder haben wir zum Beispiel, für unsere Kinder haben wir die Multivitamin-Gummibärchen. Die sind sehr beliebt. Oh. Die haben wir für unsere Kinder. Ja? Diese Multivitamin-Gummibärchen. Ist da dann auch Krabbensaft drin? Nee. Aber den Aloe-Wering? Nein. Was ist das denn? Aloe Vera ist Aloe Vera. Das ist die Aloe-Pflanze. Ja. Möchten Sie das mal probieren? Und dazu gebe ich Ihnen gratis die Multivitamin-Tabletten. Und ein Überraschungsgeschenk ist auch dabei. Oder Sie entscheiden sich für unsere Grillöl-Kapseln. Das sind die Omega-3-Fettsäuren, die von unserem Körper nicht gebildet werden können. Das heißt, die nehmen Sie mal einen Monat lang zum einmaligen Preis von nur 18,50 Euro. Dazu gibt es gratis die Multivitamin-Tabletten und ein Überraschungsgeschenk ist dabei. Und ein paar Broschüren, damit Sie mal schmökern können. Darf ich Ihnen das so fertig machen? Was soll das für einen Effekt dann haben, wenn man das einen Monat, dass ich weiß, auf was muss ich achten? Nein, da müssen wir auf nichts achten. Also wie gesagt, diese Grillöl-Kapseln Omega-3 hat einen positiven Einfluss auf die Blutzeitwerte. Eine Förderung durch Blutung, Vorbeilung gegen Herzinfarkt. Auch Abschwächung des Verlaufs chronischer Entzündungen, gesunde Haltung der Augen. Und Sie haben also eine chronische Zahnfleisch-Entzündung, da kann das helfen? Also ich möchte jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil wenn man wirklich was hat am Zahnfleisch, sollte man doch mal den Zahnarzt aufsuchen, falls es irgendwas anderes sein könnte. Das kann ich dann natürlich nur empfehlen. Also wenn ich was am Zahnfleisch habe, gehe ich sowieso zum Zahnarzt. Das ist ganz schön wichtig. Okay. Aber das kann man nicht mehr helfen. Das wird nicht mehr weggehen. Deswegen frage ich, wie kann man das helfen? Also da kann ich nur sagen, probieren Sie es doch einfach mal aus. Machen Sie mal eine Monatskur und probieren Sie das mal aus. Auf alle Fälle, es ist erwiesen, dass chronische Entzündungen abklingen können. Nur nicht bei jedem. Das sind immer so Einzelwerte. Aber ich meine, probieren kann man es ja. Und wer hat das gesagt, das kann das helfen? Warte, der Doktor? Oder wer hat das gesagt? Nein, das ist ja jetzt eine Nahrungsergänzung, was wir hier haben. Und das sind halt so Erfahrungswerte von Kunden. Das sind halt so Einzelergebnisse. Das sind Erfahrungswerte. Haben Sie da ein klinisches Studium? Nein, also so weit gehen wir jetzt nicht. Ich möchte einfach nur wissen, ob Sie das Paket gerne haben möchten. Ja, dann mache ich Ihnen das fertig. Sie machen das mal einen Monat für sich. Zusammen mit den Multivitamintabletten packe ich Ihnen gratis rein. Und das ist Überraschungsgeschenk. Und wie viel Liter von den Aloe Vera ist das jetzt drinnen? Aloe Vera ist ein Liter. Und wie lange wird das reichen? Wie muss man das nehmen? Das ist dreimal täglich vor den Mahlzeiten 20 Milliliter. Ja, zwei Esslöffel Aloe Vera Saft. Also vor den Mahlzeiten zwei Esslöffel Aloe Vera Saft. Ja, mit Fruchtsaft oder Wasser vermischt. Ja, kann man das auch bei Krabbensaft reinmachen? Ich kenne keinen Krabbensaft, kenne ich nicht. Darf ich Ihnen ein Monatspaket Krabbensaft schicken? Das können Sie keine Erinnerung machen. Also Krabbensaft kenne ich nicht. Ja, können Sie mir einmal Adresse geben? Ich werde Sie schicken. Das können Sie an Asco Farm schicken. Und zwar packe ich Ihnen das alles mit ins Paket, auch die Adresse. Und dann können Sie es dann hinschicken. Ja, können Sie mir das jetzt schon sagen, weil wir müssen ja die Produktion machen. Das wird ja ein bisschen dauern, weil das ist ja Manufaktur. Wir werden das auspressen und dann können wir das bei Ihnen schicken. Asco Farm GmbH am Bruchanger 6 in Wernigerode mit der Postleitzahl 3885. Ja, und an welchen Namen bitte? Das können Sie pauschal schicken. Schicken Sie es einfach so hin oder Sie schicken es an die Frau Konrad. Ja, und können Sie mir dann noch Bankdaten sagen, dass wir Abbuchungen machen? Nee. Wollen Sie mich hier ein bisschen rollen, veralbern oder so? Kann das sein? Ich muss ja mal Krabbensaft verkaufen. So, jetzt mal Butterbeidefische. Möchten Sie das Paket haben? Möchten Sie Krabbensaft haben? Ja, das können Sie ja schicken dann in Asco Farm, ne? Auf jeden Fall. Ich möchte keine Bankdaten von Ihnen. Also sollen wir das dann bei Nachnahme machen? Ich bedanke mich dann für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Und ich werde Sie pro Bepackung schicken, okay? Machen Sie das, ja? Sehr gut. Ja, tschüss. Krabbensaft. Krabb